Na dann, Guardians, nicht vergessen, es wird vielleicht gefährlich. Also schön grimmig aus der Wäsche gucken. Was ist passiert? Scheibenwischer! Scheibenwischer! Los, mach das weg! Wie zum Teufel kann dieser Typ noch am Leben sein? Er ist kein Typ. Du bist ein Typ. Das, das ist ein Mann. Ein gutaussehender, muskulöser Mann. Seine Muskeln sehen aus wie aus Kotadi-Metallfasern. Hör auf, seine Muskeln zu massieren. Weck ihn auf. Wer zur Hölle seid ihr denn? Avengers Infinity War. Ab 26. April im Kino.